Die erste eigene Wohnung. Ein großer Schritt. Damit du gut vorbereitet bist, möchten wir von der NHW dir ein paar hilfreiche Tipps geben. Mache dir bereits vor der eigentlichen Wohnungssuche Gedanken darüber, wo sich deine neue Wohnung befinden sollte. Und wie du nach deiner neuen Wohnung suchen möchtest. Rechne vorab alle anfallenden Kosten zusammen, um sicherzustellen, dass du dir die Wohnung auch wirklich leisten kannst. Zu den anfallenden monatlichen Kosten einer Wohnung zählen neben der Miete und den Betriebs- und Heizkosten insbesondere Stromkosten sowie Internetkosten. Bedenke auch genügend Geld für neue Möbel und Ausstattung einzuplanen. Hast du eine passende Wohnung gefunden? Dann raten wir dir eine Haftpflicht sowie eine Hausratversicherung abzuschließen, damit du stets abgesichert bist. Vergiss außerdem nicht, deine neue Adresse dem Einwohnermeldeamt mitzuteilen. Auch dein Arbeitgeber, deine Bank, Versicherungen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie Online-Versandhändler sollten Bescheid wissen. Häufig übernimmst du deine Wohnung unrenoviert und kannst sie so ganz nach deinen Wünschen einrichten und dekorieren. Ab jetzt bist du dafür verantwortlich, deinen Haushalt in Ordnung zu halten. Mit ein wenig Planung und ein paar Kniffen schaffst du das sicherlich. Damit das gemeinschaftliche Leben im Haus reibungslos funktioniert, gibt es eine Hausordnung. Hier sind auch die Ruhezeiten geregelt. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Wohnung.